Die stärkste Liga der Welt mit den stärksten Spielern der Welt. Und die Besten stehen nun wieder zur Wahl für das All-Star-Game in Leipzig am 4. Februar 2012. Folgende Spieler sind für die Kreisläuferposition nominiert. Ich bin Thorsten Lehn von Füchse Berlin und ich will ins All-Star-Team. Hallo, ich bin Markus Alben von TRW Kiel und ich will ins All-Star-Team. Ich bin Bartosz Reski von SC Magdeburg und möchte ins All-Star-Team. Hallo, ich bin Michael W. Knusen von SG 5. Anderwitz. Ich möchte gerne ins All-Star-Team. Hallo, ich bin Bertos Gilles von PS4 Handball und ich möchte ins All-Star-Team. Hallo liebe Handballfreunde, ich bin Hendrik Regler, Kreisläufer des Bergischen AC. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich ins All-Star-Team wählt. Einfach online gehen unter www.toyota-handball-bundesliga.de und ihren Favoriten wählen. Seien Sie live dabei, wenn die Nationalmannschaft gegen die All-Stars der Toyota Handball-Bundesliga antritt. Tickets gibt es unter www.toyota-handball-bundesliga.de, eventem.de oder unter der Telefonnummer 01805 576 000. 504 00 Null Null Prof. Z Anzeigungen